Er spawnt. Das ist so ein dicker Schweinezüchter, der Inzest betreibt. Ich finde, der sieht so geil aus. Ja, dann mal rein, ne? Aber eigentlich, Regel Nummer 1, geht niemals mit Fremden mit, ne? Aber... Groseliges Bild hier. Aha, sieh mal nach ihr nach. Ja, die haben es ja jetzt nicht so gemütlich hier drin, ne? Hier eine alte Nähmaschine. Der Ofen mitten im Raum. Und dann provisorisch das Rohr da dran gemacht. Sieht eher aus wie so ein Haus, was man, äh, was die besetzen, ne? Ja, ja, ich geh schon auf. Dann geh ich mal zu ihr. Und da schlafen die? Was guckt denn da raus? Ach, ne, ist es nur eine Dose. Ich dachte, das sehe aus wie so ein Bein, was da rauskommt. So, hier kann man Schach spielen. In Kentucky. Ja, wenn ich doch nehmen kann, kann ich hier einen Kentucky trinken. Hab ich hier? Ja, Kentucky. Perfekt, trinke ich mal einen. Und den nehme ich mal mit. Sieht ja gerade keine Ohren auch im Bild. Ah, von denen, glaube ich, ne? Man kann sich vielleicht erkennen. Ah, öfteren Schrank, öfteren Truhe. Genauso benimmt man sich doch in fremden, in fremden Wohnungen. Man durchsucht erstmal die Kommode. Aber ich habe so viele, so viele Gegenstände, dass sich das eigentlich gar nicht mehr lohnt. Ach. Ich hoffe, das hat keinen Einfluss darauf, dass ich jetzt schon... Okay. Und ich eigentlich sollte ich das finden. Einfach mal ein Skelett drin, ne? Ja, wer hat das nicht im Schrank? Ich sage ja, die Wohnung sieht irgendwie so aus, als würde ich die nur besitzen, ne? Naja, dann gehen wir mal zur Frau. Will, schau mal, wer ist. Du bist so haust, nicht wahr? Das ist wohl das Schlafzimmer. Magenbitter. Ich guckte nur in der Kommode. Ah, nichts gefunden. Konfrontieren, mach ich mal. Ich habe ein paar Kugeln in einem Armoire gefunden. Was ist das denn? Oh, du kennst Mama? Sie liebte immer Besucher. Wir lieben, sie hier mit uns. Und da war ich, dachte, du warst der Bacheffel-Type. Okay. Du kennst Mama. Eventuell war das früher so üblich, dass man die Toten, die man nicht beerdigt hat, dann in den Schrank getan hat. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ich glaube, das ist der Zierbruder dann. Ach so, und die oberen, die sind dann quasi, ähm, die hat man denn beschädigt? Und das ist dann so das Zeichen, dass sie gestorben sind, ne? Dann nur die beiden da unten. Ja, das sind die beiden doch hier als Kinder. Und oben sind wahrscheinlich die Eltern. Die Mutter liegt ja hinten im Schrank. Zumindest die Überreste. So, hat Schäden da drauf. Aberdeen Family Christmas 1878. Ja, dann gehe ich mal runter. Dann starten wir mal die Missionen. Wie gesagt, ich finde hier wesentlich... Normalerweise müssen noch hier mehr Klamotten liegen, ne? Nur keine Eile. Ja, die haben es nicht gemütlich. So, war das hier. Ach, hier geht's dann jetzt. Und hier geht's wieder raus. Dann setzen wir uns mal zu einem guten Mann. Ne, hier bestimmt nicht. Hey! Hey! Weet, das ist jetzt über perfekt. One of them moments you wish could last forever. Well, like I said, I can't stay for long. Dann look at us. Like a couple of old friends. Ah, it's a short life, but a merry one. Here we are, all the fixings. I hope you boys left some room in your trousers. Mmm, that smells delicious. The food don't smell too bad, neither. Oh, stop it, you! How do you like it? It's good. Different. Mmm, mm-hmm. That made it so tender. You know what? This place used to be a pig farm when we was... When we were kids, before we lost our Ma and Pa. Horrible business. Horrible. But we still got each other, ain't that right, Honey Pie? And we still know how to have a hog killing time. There, there, that's for you. Yeah. Na, sieht man's, die haben ein Verhältnis beinahe nach Ruth und Schwester. Where are my manners? Drinks! Yeah, I could definitely use a drink. Woohoo! That stuff will put hair on your chest. Oh, I doubt he needs that. Let's loosen you up some more. Come on, Honey. Nur ich trinke, ne? Oh, what the hell is that? That's an old Aberdeen home recipe. That one right there is in 1894. Oh, feels like someone's stabbing me in the head. Come on, I thought I had a man here, not a boy. One more, and you and I both will go upstairs and have a lie down. Oh, what the hell? Oh, about time. I take whatever cash she has on her and put behind Mama. Und leg ihn hinter Mama. Ja, das ist die Masche von denen. Null Donner, krass. Ich hab nix mehr. Okay. Das ist krass. Krass, zumindest hat ich das Donner verloren. Ich dachte, diese Mama liegt im Schrank. Das sind wahrscheinlich andere hier. Ja, und ein Scheiterhaufen. Also ich bin nicht der Erste, den die das gemacht haben. Nur ich hab's überlebt. Aber die haben mir die Waffen gelassen. Theoretisch müssen die anderen ja dann auch noch Waffen haben, ne? Weil die sind ja nur am Geld interessiert anscheinend. So, wo bin ich denn hier? Ah, hier ist auf jeden Fall der Scheiterhaufen, den ihr, ähm, den ihr Massen grab, ne? Da haben wir schon kranke Leute, ne? Ja, da war mal eine Schweinefarm und irgendwie die sind, die sind krank. Aber auch geil, ne? Regen, dann der Mond, Nebel. Das ist doch eigentlich perfekt für so ne Story, oder? Also da haben wir das Spiel mal wieder richtig, richtig geil einen rausgehauen, was die Atmosphäre anbelangt. Ach, schön. Ja, da holen wir uns das Zeug mal wieder, ne? So, Schweinezicher, Joe. Wüsste ich mich mal aus? Ach, ich hol nur eine. Was ist das? Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Normalerweise, wenn dich einer im Red App mit einem Messer angreift, dann geht das zack, 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 zack und immer weiter die Lebenswolken geht immer weiter runter. Aber jetzt die. Und du bist weg. Also ich hätte die direkt töten müssen. So, ich habe immer noch kein Geld, also wieder dahin. Aber wenn einer natürlich das 22.000 Dollar in der Tasche hat, ne? Ich meine, zu der Zeit war das natürlich noch richtig viel wert, also viel mehr wert, wie es heute ist, ne? Kann ich mir zumindest so vorstellen, ne? Damals auf jeden Fall mehr wert war wie heute. Also, irgendwie läuft das bei mir manchmal nicht, ne? Also ein bisschen unrealistisch ist es ja schon, ne? Ich schieße die an. Ich stecke die Kugel weg. Holt das Messer. Einmal direkt tot. Ah ja. Ich habe vom Spiel auch so gewollt, ne? Dann einfach nochmal hin und gut ist. So, jetzt muss ich aber leider das nochmal markieren. Da habe ich jetzt einfach jetzt mit Dead Eye und gut ist. Auf der anderen Seite möchte ich so Dialoge auch ein bisschen ausnutzen, ne? Also, ich möchte nicht immer direkt da reinkommen und alles zerschießen, denn, ähm, vielleicht verpasst man so einen Dialog, ne? Aber dann ist mir schon voll oft aufgefallen, Red Dead, dass ich dann die Situation dann einfach oder die Mission dann scheitert, ne? Oder die Situation scheitert, je nachdem, ne? Wenn du jetzt auch ein zufälliges Ereignis triffst oder so. So, hauen wir ein neues. Wer kommt runter? Kann man irgendwo, ne, kann man nicht, ne? Da geht ja, geht das. Dass man die Dialoge nochmal nachlesen kann. Weil es hätte mich jetzt mal interessiert, was der gesagt hätte, als der die Treppe runterkam. Du hast eine Zutat erhalten, du brauchst einen Bärenkrauen, Bärenkrauen-Talismann herzustellen. So, Schrank durchsuchen. Ich gucke mich mal ordentlich hier oben. Dosengemüse, naja. Wo haben wir das denn hier? So wichtig ist das auch nicht. So, Waschbecken durchsuchen. Vielleicht finden wir hier auch noch was, was interessantes, außer ein paar Gegenstände. Nö. So, die Frau kommt auf jeden Fall besser mit einem Messer umgehen, wie er mit dem, mit der Knarre. Was sind alles Sachen? Die habe ich eben nicht untersucht, ne? Nurte sich auch gar nicht. Hier noch ein Magenbitter. Gut, so wie der aussieht, frisst er sehr, sehr viel Fleisch. Und da kann ich mir natürlich vorstellen, dass er auch Magenprobleme hat, ne? Nö, Tisch. Hier ist alles nichts drin. So, dann gehe ich mal nochmal einmal nach oben. Ich kann nicht trennen, ne? Ich kann wirklich nur so... Ja, so gehen, wie er gerade geht. Ja gut, die habe ich ja schon alle durchsucht, ne? Da dürfte jetzt nicht mehr viel drin sein. Ja, das war auf jeden Fall ihre Maschine. Die haben dann einen auch freundlich gemacht. Die Leute eingeladen, abgefüllt und dann, äh... Ausgeraubt. Bild untersuchen. Ach, sah auch viel zu gruselig aus, das Bild. Natürlich. So, jetzt habe ich auch meine Kohle wieder. Wie gesagt, 22.000, ne? Auf der anderen Seite finde ich es cool, ne? Dass die das dann, äh... Dass du dann auf einen Schlag dein ganzes Geld verlierst, ne? Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch unrealistisch, dass er mit dem ganzen Geld der Familie einfach mal rumrennt, ne? Also es macht eher Sinn, dass die das irgendwo auf der Farm versteckt haben. Ah, da kommt einer. Mindestens habe ich was Rotes. Das war irgendein wildes Tier. Deswegen ist, äh... Eine Schlange.